Hallo YouTube, so jetzt gibt es hier wieder Week of IT und was war da bitteschön diese Woche wieder los? Das war ja schlimmer als in Ohio. Genau, ich zeige es euch jetzt hier auf diesem Kanal. Momentan fühlt sich jeder Tag irgendwie so an, als würde ein neues Zeltalter anbrechen, das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Konkret gab es diese Woche nämlich Neuigkeiten. Sowohl Microsoft als auch Google haben Pressekonferenzen abgehauen. Die beiden Keynotes hätten unterschiedlicher nicht sein können. Ich zeige euch jetzt, was da abhielt. Starten wir zuerst mit der Keynote von Microsoft. Und die Abenteuerung zu generieren, wenn man braucht es, wenn man braucht es, wenn man braucht es, wenn man braucht es, aber überall auf der Webseite. Courtesy von der NeuEdge Browser. Mit einem klick, du bist jetzt in Chat. Bing weiß die Kontext und es einfach in und re-frierts die Quarren. Und mit einem einfachen Request, einfach zu sagen, hey, Translate es in Spanisch. Bing weiß, dass das ganze E-Mail- und 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 E-Mail- Ziemlich smooth das Ganze. Die Technologie von OpenAI, ChatGPT, ist nun also in die Suchmaschine Bing eingebaut worden. Falls ihr euch an dieser Stelle fragt, was ChatGPT ist, dann verweise ich euch gerne auf die Videos, die ich bereits gemacht habe, wo ich gemeinsam mit Herrn YouTube ChatGPT getestet habe, oder auch auf das letzte Video, wo ich euch mehr Details dazu präsentiert hatte. Aber schauen wir uns nun im direkten Vergleich an, was Google präsentiert hat. Die Keynote von Google nahm ihren gewunden Lauf. Es wurden Neuigkeiten präsentiert. Alles verlief nach Plan, bis das hier geschah. You can use Multi-Search to find it in beige or another color of yours. Or you spot a floral pattern shirt, but you want it in bleu rouge instead. You can use Multi-Search for that too. Let's see how that works with a live demo. We are missing the phone. We will have to... We have no... Okay, we're gonna move on. We can't find the phone. Sorry, we'll do one later in the special Q&A. Ich fühle mit dir. Googles Aktien-Kurs viel in den Keller. Microsoft hat es geschafft, eine smoother Präsentation hinzulegen während Google bei der Live-Präsentation. Hat's denn? Das KI-Wettristen hat begonnen. Das war's von Week of IT dieser Woche. Bleibt dran, diskutiert mit, lasst ein Like da. Ich freue mich. Schöne Woche. Bis dann. Das ist Week of IT, yeah, Week of IT, yeah.